Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauer Hause? Heute ist Sonntag, es ist jetzt halb neun. Wir sind am Arbeiten, Keller bereit machen. Heute Nachmittag haben wir ein Konfirmationsessen. Die Tochter eines Berufskollegen, Hausärzigen, feiert hier ihre Konfirmation und der Hause arbeitet da im Keller. Ja, ich schleisse mich jetzt da mal in die Küche und zeige euch, was da gearbeitet wird. szab котen eine verap Regardet Untertitelung des ZDF! Untertitelung des ZDF, 2020